Ich hab nie meine erste Runde auf Koppel gewonnen. Ein Axel Hotel, endlich! Ich hab... So... Vor lauter Reden hab ich das jetzt in Planks umgecraftet. Doch nö. Das wollte ich euch nur kurz sagen. Das ist halt eine veraltete Folge. Deswegen ist da Jo ja auch noch dabei. Leider ist er in den neuesten Folgen nicht mehr dabei. Aber das werdet ihr dann alles sehen. Ja, bis dann Leute. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo Leute. Willkommen zu einem neuen Video. Hier auf diesem Kanal. Und zwar, ja, ich weiß. Ich nehme das nicht. Und zwar ist es eine neue Folge. Es war mit den zwei coolen Leuten hier. Wo sind sie da? Anscheinend ist der in der Mitte doch nicht so cool. Sorry, ich habe bei fünf an. Achso, ich nehme ja gar nicht auf. Ups. Ja, Leute, ich würde sagen, wir legen sofort los. Und zwar, jetzt bin ich wieder. Sorry. Wir essen erst mal. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, wir haben ganz viele Kakaobohnen gefahren. Leute, abonniert JoTV, abonniert AntonTV, abonniert Max Gamer. Alles in der Videobeschreibung. Leute, die vergessen wir immer. Richtig Sünde eigentlich. Ich schaue mir mal das Baumhaus an. Ey, es wird schon wieder Nacht. Hab ich hier? Boah. Ich wundern, Leute, wenn es bei mir ein bisschen... Jajoi. Ein Internet ist im Moment nicht das Bessige, aber ein Internet ist gerade nicht so gut. Und in der letzten Folge habt ihr vielleicht in den Timelapse gesehen, dass wir hier ein wunderschönes Baumhaus gebaut haben. Das ist ein wundervolle Treehouse. Dafür habe ich auch eine Timelapse. Schwennen. Hä? Wieso ist das Ding hier nur ein, zwei Blöcke hoch? Äh, weil das soll ein... Hier soll einfach nur Küche rein. So. Aber... Also hier soll... Hier soll das nur so sein. Interessant. Bye, bye. Hör, was ist denn schon wieder mit dem Baum passiert? Was haben wir denn hier für komische Chunks? Oh. Oh. Oh, ich wollte gerade helfen. Oh. Kekse sind aber wirklich nicht nährreich. Irgendwie geben die Couch-Saturation. Äh, überhaupt nicht. Ihr seht, Leute, gerade es laggt auf jeden Fall sehr doll bei mir, weil mein Internet ist im Moment irgendwie f***. Meins geht gerade wieder. Du lass doch gerne mal ein Like da, wenn ich wieder ein besseres Internet haben soll. Das hilft definitiv für dein Internet. Jaja. Auf jeden Fall. Die Likes gehen dann an Joes Internetanbieter und der findet das dann gut und gibt ihm mehr Bandbreite. Genau. So läuft das hier. Wow. Oh, sah? Oh mein Gott, Joel. Joel. Ah. Du hast einfach getötet. Joel. Ich bin im Dorf. Ich bin im Dschungel-Respon. Und warum hab ich die... Och, Mann. Ich muss nur meiner Mutter fragen, ob sie mir was zu essen macht. Oh ja, das ist ne gute Idee. Ich hab auch schon... Seit den Waffeln hab ich nichts mehr gegessen. Echt? Hm. Warte, wo soll ich ein... Ach, und wir nehmen schon wieder fünf, drei Minuten auf. Wie, du halt... Du hast mich irgendwie gefühlt gewon-hitted, hä? Wie hast du das gemacht? Alter, das sind meine Items. Keine Ahnung. Du hast ein Tier erschwert. Ja, das hat Ben mir mal gemacht. Wir waren mal in der Höhle. In der Höhle. Und da haben wir so ein richtig krasses Schwert gemacht. Und wir waren in den Dörfern. Und haben ein bisschen getradet. Das heißt ja wirklich, Joel hat das sogar benannt gekriegt. Warte mal. Slash einnehmen. Und... Sechs... Ne, sechs war es nicht. Und B... Joey. Nein, das ist blau. Was war denn nochmal der Farb... Ich such grad den Farbcode rot. Was war der Farbcode rot? Drei. Ah, hier. Vier. Hm? Oh, geil. Komm, lass uns alle pennen gehen jetzt bitte. Ja, aber genug dazu. Wir gehen jetzt schlafen, Leute. Weil wir cool sind. Ach, jetzt hab ich ja auch wieder alle meine Level verloren. Oh nein. Und ich will einmal bei dir im Bett schlafen. Das ist voll scheiße. Schämein. Wahrscheinlich müssen, wenn drei Spiele online sind, nur zwei schlafen. Ich hab keine Ahnung. Wow. Wow. Ja, das ist der nicht Minecraft-Squad. Minecraft-Squad. Haben wir neuen Weizen? Komm mit, ich hab ein Lager für dich. Warte, kurz, warte, kurz, warte, kurz. Ich muss einmal kurz mein Internet anders machen. Wie viel Weizen haben wir denn? Oh mein Gott, ich mach jetzt grad so viele Kekse gleich. Ja? Ich kaufe mein Internet jetzt bis zum Bidder, please. Oh, das sind gleich die krassesten Kekse ever. Ja. What? Ja, es leckt nicht mehr. Ey, wie viele Kekse hab ich? Ich war's nicht. Es leckt nicht mehr, ja? Komm. Ich hab dir was Schönes für dich gebaut. Boah. Boah, girl. You can this here all making when you will. Ach, so. Yo, Englisch. Very great. Ja, his English is very great. Oh, amazing. It's so great. Will das mein Englisch-Lehrer? Ich bin eigentlich richtig gut in Englisch. Ich hatte ein Einzelzeugnis. Was? Also, die ist... In einem Fächer bin ich eigentlich ganz okay. Aber in Englisch hab ich eine 6 oder... Äh, ne, äh, eine 4. Ja, ist ehrlich so. Nur Englisch frei haben wir alle nicht frei. Ich hab, ich hab wirklich zwei einzelnen Vokabeltests. Ich melde mich mindestens 3 pro Stunde. Und ich krieg mir 4 mündlich. Perfekt, Digga. Ich denk, da denk ich mir auch nur so, what the f***. Ich sag doch, Preetz war keine gute Entscheidung. Weil obwohl es bei mir genauso ist. Das war's auf jeden Fall mal wieder komplett, Joy. Kommt mal in den geheimen Raum im Lager. Ich hab jetzt endlich eine Benutzung für den gefunden. Welches Lager denn? Äh. Du kennst dich das gelagert? Ach du, das meint ihr. Joy, komm mal. Wir haben richtig krasses gebaut, Joy. Komm mal, komm mal, mitten zu Lager. Das ist richtig krasser geworden. Ist es ein Gewitter? Weil wenn es ein Gewitter ist, dann müssten wir jetzt schlafen. Jetzt weiß ich, warum ich nicht schlafen konnte, weil Ben... Joy, komm mal, Herr Joy, komm mal hinter dir. Ach, schon. Wo seid denn ihr? Ich bin hinten bei dem... Ben hat mir doch grad irgendwas geschenkt. Du bist hinten bei dem Ben, bei dem Ben, bei dem Ben. Den geilen Bunker. Nein! Das ist es doch gar nicht. Er hat den zugebaut, Joy. Was, hä? Was hab ich denn zugebaut? Nee, Spanton. Ich möchte den noch verschenken. Ich will den noch verstecken. Du kannst doch auch den Knopf püffeln. Ey, guck mal, Joy. Tschüss. Alter, wie geil. Das ist der geheime Keksraum, den ich eingerichtet hab. Ja. Da darf ich mir ein paar Kekse gönnen? Ja, klar. Wo hab ich diese Astro wegen der A. Krass, ne? Das ist voll cool. Ja, das ist jetzt der geheime Keksraum. Okay, ich brauch jetzt auch noch einen Baum. Wenn wir da unser Eisen und so, ähm, Lager, also unsere wertvollen Sachen machen. Gute Idee. Obwohl, da sollten wir vielleicht... Das ist Max, kann ich sagen. Ja, aber bei Kissel könntet ihr die Videos ja sehen. Leute, wir müssen Schlafzimmer 5 zu 4 machen eigentlich, ne? Ja, das finde ich so ein bisschen blöd, wenn jemand da und... Aber wir machen das Baumhaus. Wir müssen das Haus erweitern. Nein, wir müssen das Haus erweitern. Ja, am besten hier, wo das Gehege gerade ist. Am besten erweitern wir es in diese Richtung. Ja. Dann können wir nämlich... Leute, dann können wir nämlich das Schlafzimmer hier noch größer bauen. Okay. Ja, okay. Und ich auch noch. Leute, wir holen... Nein, erstmal nur hier, würde ich sagen, weil hier ist eh schon... Guck mal, hier ist eh schon gebaut, deswegen... Wir können hier mal leise sein, aber kurz... Okay, Leute, jetzt, ähm... Ja, wir haben jetzt... Wir haben jetzt... Wir hatten gerade die brennendeste Idee der Welt. Und wir hatten... Wir wollten jetzt vielleicht das Haus weiterbauen, dass wir alle zusammen ein großes, ganz großes Schlafzimmer haben. und alle vier mit Max dann auch irgendwann mal wieder, wenn er mal irgendwann wieder kommt. Er ist eine Ohre! Ja, schon lange. Und, ähm... Jetzt... Darf ich jetzt nichts? Doch! Okay. Ähm, und wir wollten jetzt vielleicht über das Gehege hier vorne... Ähm, warte, ich mach einmal so. Über das Gehege hier vorne das weiterbauen. Ja. Äh, ja. Das werden wir dann jetzt machen. Äh, äh... Äh, äh... Du musst nur so nach... Warte, warte. Ich hab ein Video geschnitten. Und dann... Und dann du so... Äh, hast du eine Anlauf gemacht, hast im Video. Äh, äh... Leute, Leute, Leute. Wir haben ein bisschen gelacht. Äh, so... Leute, äh... Leute, komm nicht kurz... Warte, warte, ich hab ein bisschen gelacht. Ja, warte. Ja, warte. Spannend, ja? Was? Äh, äh... Ich würde sagen, wir lagern aber nur die Dias in dem... in dem geheimen Keksraum. Hinter einer geheimen Kekstür. Da machen wir noch eine geheime Tür für. Ja! Ja! Ich versuch grad, die alle mal aus ihrem Gehege ins Haus zu fahren, bis wir dann ein neues Gehege haben. Aber dieser Schieb hier kommt nicht hoch. Ja, jetzt fahrt ihr mal alle hier schön. Achso, warte, jetzt weiß ich wieder was. Ey, die sind so fett, die kommen nicht durch die Spür. Okay, danke. Ähm, also ich... Ja, ich hatte die Idee, ich... Ähm, ihr geht nach vorne und... Äh, nach nach vorne und dann gibt's jetzt eine geile Timelapse. Äh, nach vorne und dann gibt's jetzt eine geile Timelapse. Oh, der Ring nervt so. Jetzt kann ich das ja wieder herbauen. Okay, wollen wir dann? Das Haus bauen? Ja, ja, warte. Warum bauen sie das denn hier immer weiter zu? Noch. Och, jetzt kommen hier die Hühner auch noch. Ja, die Hühner müssen drinbleiben! Nein! Wer hat die Schlafzimmertür offen gelassen? Ich nicht! Ich auch nicht! Oh, da war's ich. Egal, ihr kommt alle wieder hier rein und ihr bleibt hier, ja? Komm schnell raus! Okay, jetzt geht's jetzt einfach weiter. Dann wird's einfach nicht so einfach. Lass erstmal schlafen gehen, lass erstmal schlafen gehen. Ja. Ja, ich weiß, die Bänden sind da drin. Die sind so chaotisch! Ja, Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das unbedingt anlagt, dann schaut bei Jorotv vorbei. Ein kostenloses Abo, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Das ist bei den TVs. Und ciao! Ciao!